Ja, ich möchte den Titel holen, klar. Und ich glaube, das möchte auch jeder andere, die hinterher mit nach Australien fliegt und auch die, die, glaube ich, hier bleiben müssten zum Schluss, wollen, dass wir mit dem Titel zurückkommen. Und das wollen wir auch so angehen. Ich glaube, wir haben die Qualität dazu. Für mich persönlich habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, um ehrlich zu sein, weil mir einfach wichtig ist, dass wir als Mannschaft wieder unser authentisches Gesicht zeigen, wie wir es im letzten Jahr getan haben, dass wir einen leidenschaftlichen, guten Fußball spielen. Wir sind jetzt hier. Wir sind in der WM-Vorbereitung. Wir wissen, dass die Spielerinnen vom FC Bayern dazukommen. Und sobald wir dann auch komplett sind, geht sowieso die Post ab. Aber die wird auch schon abgehen, bevor sie da sind. Und grundsätzlich ist die Stimmung erstmal sehr, sehr gut. Und wir kommen alle unglaublich gut miteinander aus. Wir haben Spaß auf dem Platz. Ja, mit dem Wissen, wie wir es letztes Jahr geschafft haben, als Mannschaft zusammenzuwachsen, ein Team zu werden, ist es natürlich wieder extrem wichtig. Und wir haben da, glaube ich, lustige Sachen vor, auch wieder mit einem Team-Abend beispielsweise, wo wir auch mal feel free sein können. Und das sind natürlich dann auch gerade die Momente, die man als Team auch benötigt, um wieder enger zusammenzuwachsen, um sich für das Turnier auch gut vorbereiten zu können. Vielen Dank.